Ja, herzlich willkommen wieder bei Buhlmund Finanz. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lass ein Like da, lass ein Abo da und die Glocke aktiviert. Und ja, um was geht es heute? Heute geht es natürlich um den neuen Broker. Die Anleitung, wie man einen Account macht, mache ich morgen. Heute stelle ich erstmal alles mal ein bisschen vor, wie das so funktioniert. Und ich habe ein Fazit gezogen. Ich bin bei Roboforex raus. Ihr seht, ich habe alle meine Konten jetzt gelöscht. Es ist nichts mehr da. Ja, und Roboforex kann meiner Meinung andere Leute gerne Gelder aus die Tasche ziehen. Warum sage ich das? Ich hatte gestern wieder einen Fall. Wieder minus 50 Dollar bei einem Konto. Selbe Strategie beim anderen Konto bei minus 50 US-Dollar Zeit. Also von daher finde ich das schon sehr, sehr bitter, was Roboforex hier mit uns abzieht. Und das heißt für mich eine große Warnung. Lasst euch hier definitiv nicht über den Tisch ziehen. Wie heißt der neue Broker? Der neue Broker ist Blackpool. Blackpool ist natürlich für mich in dieser Hinsicht ein sehr guter Provider, ein sehr guter Broker. Warum sage ich das? Der Spread ist hier erstens sehr, sehr niedrig. Zweitens haben die sehr schnelle Daten. Wir arbeiten hier mit einem 72 MS-Sequenz. Das heißt, wir bekommen sehr schnelle Live-Daten rein. Bei Roboforex waren es bei 180. Das, was sie angeht, ist rein tödlich zum größten Teil auch gelogen, dass sie wenig MS haben. Das wurde schon mal gemessen. Also wir liegen 180. Sogar wenn große News kommen, haben wir ein MS sogar von 280 MS. Und das verzögert natürlich die Daten. Und das verzögert natürlich bei Roboforex den Verlust, was wir hier bei Blackpool nicht haben. Hier läuft es sauber. Sofern ich das so getestet habe und mir das Ganze auch angeschaut habe. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Webseite, natürlich zur Anmeldung auch. Und ja, wenn ihr euch hier registriert, ein paar Infos für euch. Wie gesagt, ich bin auch kein Anlageberater, auch kein Steuerberater. Es ist alles nur mein eigenes Fachwissen. Und das, was ich für mich gerade momentan ändere und auch vornehme. Und wie ich die Sachlage auch momentan sehe. Hier dieser Provider hier natürlich bei Blackpool ist natürlich bei 0,0 Spread. Ist es möglich, ja. Aber wir benutzen ein Konto, wo ein Spread drin ist. Dazu komme ich gleich. Die Leverage liegt hier bei 1 zu 500. Der Support ist auch sehr schnell zu erreichen. Sehr, sehr nett sogar. Den Support habe ich selbst getestet. Und da wirklich Hut ab. Hier kann man mit 0 Euro starten. Bringt aber nichts, weil wenn kein Geld drauf ist, könnt ihr auch keine Trades durchführen. Also hier habe ich definitiv auch mein Copy-Trading drinnen. Das habe ich in der Telegram-Gruppe ja schon Bescheid gegeben. Ich habe euch auch das Ganze geteilt. Alle weiteren Informationen kommen heute nach diesem Video natürlich auch in die Telegram-Gruppe. Und wie man meine Trades bei Blackpool kopiert, alle Informationen findet ihr auch hier in der Videobeschreibung. Und bleibt natürlich dran, weil ich erkläre hier auch in diesem Video, wie ihr meine Trades bei Blackpool kopieren könnt. Weil es ist fast so ähnlich wie bei Roboforex, aber noch viel, viel einfacher. Und ich finde natürlich, die Gebühren und die Kommission ist hier so klein. Das merkt man nicht, weil hier hat man fast 100% Eigen-Profit. Genau. Gehen wir mal weiter runter. Gut. Man kann hier Index, Forex, Krypto handeln. Und welche Plattform haben wir hier? Mit was können wir uns hier verbinden? Man kann mit TrainView, mit MetaTrader 4 und 5 natürlich C-Trader benutzen. Also man hat hier viele Möglichkeiten, hier auf dieser Plattform zu traden. Ich nutze hier nur den MetaTrader 4. Das bitte beachten. Und MetaTrader 5 selbst nutze ich nicht. Aber für das Copy-Trading, glaube ich, könnt ihr auch mit MetaTrader 5 euch koppeln. Im Kopieren, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Also sicherheitshalber nur mit MetaTrader 4 arbeiten, wenn ihr das macht. Und jetzt kommen wir zu den Gebühren. Meine Empfehlung vorab, hier definitiv nicht wahllos irgendein Konto zu eröffnen. Bitte jetzt genau zuhören. Und es ist jetzt am Ende nur meine Meinung. Und ich sage euch, welches Konto ich hier benutzt habe. Ich sage euch jetzt den Unterschied zwischen diesen drei Konten. Der erste Konto ist ein ECN-Standardkonto. Das ist ein Pro-Konto mit einem Spread von 0,8. Was hier wirklich sehr, sehr in Ordnung ist. Beim Dow Jones sieht man den Spread sowohl fast gar nicht im Chart. Also von daher auch hier Hut ab. Wir zahlen hier keine Kommission für jeden Trade, was auch sehr gut ist. Also wir zahlen reintötig hier nur den reinen Spread. Man braucht hier kein bestimmtes Volumen an Kapital für den ECN-Standardkonto. Und man kann hier die New Yorker oder Londoner Zeit nutzen oder die Börsendaten nutzen. Ich nutze gerne die New Yorker Zeit, dass dort natürlich die Daten direkt kommen. Ist angenehmer zu traden. Und wir haben hier eine Lotzahl von 0,01 Lot. Können wir hier schon traden. Also hier so schön erklärt natürlich. Man kann hier bis zu 1,500. Leverage natürlich auch das Ganze traden. Und Swap Fees sind hier natürlich auch mit drin. Die kommen natürlich später mit dazu. Ja, nehmt hier natürlich ein ECN-Prime-Konto. Also gut, der Spread ist wirklich bei 0,1. Das ist wirklich fast jetzt fast bei 0, sage ich jetzt mal. Man hat hier aber eine Kommission pro Lot von 6 US-Dollar. Das muss man natürlich mit beachten. Also wenn man hier tradet mit einem Konto von mindestens von 2.000, muss man natürlich diese Kommission plus den Spread dazu rechnen, was wirklich sehr, sehr heavy ist. Also wenn ihr wirklich klein anfängt oder halt wirklich sagt, nein, ich möchte kein ECN-Prime-Konto, egal wie hoch die Summe ist, dann nimmt am besten ein Standard-Konto. Hier zählen aber dieselben Faktoren wie beim ECN-Standard. Wie gesagt, New Yorker Zeit, Londoner Zeit, die Lot-Zeit ist auch gleich und die Leveraged-Gen ist hier auch genau dasselbe. Dann für Firmen, glaube ich, ist das hier auch jetzt nochmal. High-Volume-Trades. Also hier braucht man wirklich ein riesengroßes, fettes Konto. Hier hat man dann ein Spread von 0. Also um so zu sagen, hat man gar keinen Spread. Man kann richtig geil rein traden. Und dann sind die Kommission pro Lot von 4 Dollar wirklich ein Witz, weil die Kommission zahlt man dann liebend gerne, weil wenn man halt mit 20.000 US-Dollar tradet mit 0% an Pips, an Spread besser gesagt, dann juckt halt natürlich diese 4 Dollar uns überhaupt nicht, weil die Profite ist schon sehr, sehr hoch. Da reicht nur ein Pip hoch und dann haben wir ein Tech-Profit. Genau, Customer Open. Hier ist es offen, das Ganze. Wir haben dieselbe Lot-Zeit, dieselbe Leverage haben wir hier auch. Also von daher ändert sich hier nichts, außer dass man halt hier mit riesengroßem Kapital noch größere Vorteile hätte. So, am Ende, was nutze ich? Ich nutze den ECN-Standard-Konto. Wie gesagt, ich bin mit dem Spread hier vollkommen einverstanden, 0,8 ein Spread zu haben. Im Gegensatz zu Roboforex, wo ja zu hoch ist, haben wir hier wirklich einen sehr kleinen Spread. Ja, jetzt geht man aber nochmal weiter runter. Ich möchte euch nämlich noch was sagen. Das ist natürlich jetzt der Speed vom Ganzen. Wie schnell wir hier die Daten reinbekommen. Black Bull hat ja einen Speed von 72 ms. Ich habe das Ganze mal gemessen, also sogar ein bisschen weniger. Ich bin bei 70, 71 ms, was wirklich sehr, sehr gut ist. Also wenn große News reinkommen, auch da hält der diese 72 ms ohne Probleme. Und bei Roboforex, wenn News reinkommen, viele bekommen ja mit. Roboforex hängt dann und dann merkt ihr, es passiert nichts mehr am Chart. Und dann wird dann irgendwann was kommen, dass dann der Chart erst wieder arbeitet. Und bei Roboforex ist es so, wir haben eine ms-Sequenz von 180 bis 250 ms, wenn natürlich News rauskommen. Und das heißt, Roboforex ist dann dort sehr weit hintendran. Und daher bekommen wir auch immer wieder große Verluste rein. Und daher, diesen Punkt gibt es mir jetzt halt wirklich zu wechseln und dass wir halt hier besser traden können, auch im Copy-Trading selbst. Genau, wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten zur Registrierung selbst. Und ja, wir gehen uns mal die Plattform an. Die Plattform ist recht simpel. Wie gesagt, wir haben hier auch das Copy-Trading. Man kann hier auch wirklich andere Leute kopieren. Aber wir haben hier viel bessere Ergebnisse wie bei Roboforex. Hier haben wir zum Beispiel jemanden, der arbeitet mit einer KI. Und wir sehen, wie diese KI hier arbeitet. Also er hat hier, glaube ich, drei oder vier, fünf verschiedene Modelle. Und ja, also wirklich sehr, sehr nice, was hier abgegeben wird von diesem KI oder von dieser Person, was hier wirklich durchgeführt wird alles. Also das nennt man wirklich passives Geld verdienen, weil das nämlich jeweils einzelne Konten ist. Kein ein Konto, sondern wirklich einzelne Konten, weil ich musste für mein Copy-Trading genau ein bestimmtes Konto, was ich habe, ist mein ECN-Standard-Konto. Den musste ich dann auswählen für das Copy-Trading. Und ja, also es ist wirklich sehr simpel aufgemacht, also aufgebaut, besser gesagt. Und man kann hier wirklich mehrere Trader folgen. Und wir sehen hier auch wirklich viel bessere Ergebnisse wie bei RoboForex. Warum sehen wir hier bessere Ergebnisse? Erstens habe ich ja gerade gesagt, wir haben hier eine Sequenz von 72 MS. Im Gegensatz zu RoboForex. Deshalb sieht man bei RoboForex mehr Verluste, mehr Accounts, wo auf Totalverluste fahren, was man hier rein tödlich zum größten Teil hier auch gar nicht findet, sage ich jetzt mal. Also wenn ich weiter runter scrolle, findet man hier immer noch keinen Totalverlust. Hier findet man jetzt eine Seitwärtsphase. Gut, hier ist es mal ganz weit nach unten. Ich habe keinen richtigen Totalverlust gewesen. Minus 12 Prozent. Aber es wurde wieder aufgeholt. Also auch hier sieht man jetzt nicht unbedingt einen Totalverlust. Jetzt gehen wir weiter runter. Auch hier sieht man die Jungs so einen Totalverlust. Also alles wirklich gut. Hat einen großen Drawdown, aber auch immer wieder sehr gute Profite. Genau, wir haben hier eins von 20 Tradern. 177 Tradern gibt es hier aktuell. Also 177 Seiten besser gesagt. Und ja, also man kann hier ein bisschen durchfuchsen. Auch andere Leute das Ganze auch kopieren, wenn man passives Geld verdient. Und wie gesagt, wir arbeiten hier mit 0,8 Lots. Und das ist wirklich gar nichts. Also ich überlege auch, erst mal mein Copy Trading hier zu starten. Und ich werde euch berichten, wenn ich jetzt hier so ein, zwei Leute auch mal kopiere, werde ich mir das Ganze auch angucken, euch mal berichten, wie das so funktioniert. Und ja, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, wie kann man natürlich bei mir das Ganze kopieren. Ich habe das Ganze mal eingerechnet. Ich habe gestern auch mal einfach mal Tweets aufgemacht, zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Und ja, wir haben jetzt insgesamt mit 500 US-Dollar angefangen. Mittlerweile sind es nur noch 489 und 20 Cent. Gestern war die KI im Einsatz. Heute früh habe ich noch was getestet. Daher ist jetzt ein größerer Minus von 2%. Aber das ist jetzt meine eigene Schuld. Aber ja, aber es funktioniert definitiv. Man kann das Ganze verfolgen. Ich habe hier oben in der Beschreibung jetzt 500 US-Dollar drin. Natürlich habe ich ja auch mit 500 US-Dollar angefangen. Alles, was ihr benötigt, werde ich hier nochmal reinschreiben. Nochmal in der Beschreibung, welches Konto ihr braucht, welches Leverage braucht ihr. Hier arbeiten wir wieder mit 1 zu 100, besser gesagt. Hier kann man mit 50, 100 US-Dollar anfangen. Also die Lotzahl wird ja hier dann automatisch angepasst. Das liegt ganz alleine an euch, was ihr auf dem Konto drauf habt. Weil hier gibt man nämlich kein Minimumpreis an, ab wann man hier einsteigen kann. Sondern hier kann jeder selbst entscheiden, mit wie viel Geld er hier reingeht. Also meine Empfehlung ist wirklich hier 500 US-Dollar. Am besten könnt ihr hier auch mit 100 US-Dollar reinkommen. 50 US-Dollar ist schon sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, wer hier mit 50 US-Dollar reingeht, kopiert hier, glaube ich, mit 0,01 Lot. Aber das habe ich noch nie getestet. Aber auch hier ist, wie gesagt, das Copy-Trading online. Den Link findet ihr unten natürlich in der Videobeschreibung wieder. Wie funktioniert das Ganze? Unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link hinterlegt, zum Registrieren. Wie man das Ganze auch kopieren kann in der Telegram-Gruppe, werde ich nach diesem Video, wenn es dann veröffentlicht ist, besser gesagt, auch nochmal eine Beschreibung in die Telegram-Gruppe posten. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung wieder. Was müsst ihr dann machen beim Kopieren natürlich? Hier MT4 live auswählen, weil wir haben nur MetaTrader 4. Hier die Trading-Account-Nummer, die ID hat natürlich jeder und von den Konten am besten auch das Passwort. Und dann müsst ihr den Provider eingeben. Das heißt, hier ist es natürlich leer und dann hat man hier natürlich eine ganze Menge an Providern. Hier am besten einfach nur Bullmoon eingeben. Bull reicht auch schon. Dann bin ich hier schon aufgelistet als Provider. Das heißt, euer Kapital wird dann angekoppelt, also euer Account wird an meinen Account angekoppelt und die werden dann einfach nur kopiert. Genau, auswählen und dann könnt ihr hier rein-tötig schon loslegen und dann euch registrieren. Und ja, dann seid ihr rein-tötig mit dabei. Das war es schon zum Ganzen, glaube ich. Mehr gibt es auch gar nicht dazu. Und ja, wie gesagt, bei Roboforex bin ich raus. Dafür haben wir Black Bull. Und ja, wir haben hier viel bessere MS und viel besseren Spread. Auch das Copy-Trading läuft hier sehr, sehr gut. Ja, also es ist nur mein Tipp. Es ist hier keine Empfehlung, weil ich bin kein Anlageberater, auch kein Steuerberater. Jeder muss selbst entscheiden, was er macht und was er tut. Und ja, also Black Bull bin ich überzeugt. Wie gesagt, Zahlungsmittel mit Visa-Karte, Masterkarte, Kryptowährung, Banküberweisung, SEPA, Lastschriftverfahren. Alles ist möglich, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und daher bin ich jetzt hier wirklich aktiv mit dabei. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, die Glocke aktivieren. Und morgen kommt nochmal ein Video, wie man sich hier registriert, wie das Ganze nochmal funktioniert. Werde ich euch auch nochmal so ein bisschen einweisen, wie das wirklich aufgebaut ist nochmal, wie man dann auch ein Konto erstellt. Natürlich mit dem Demokonto. Und ja, ich hoffe, euch ist da ein bisschen hilfreich, dass ihr halt sicherer trainen könnt. Wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt nur mich jetzt kopieren. Ich empfehle immer, mehreren Tradern zu kopieren. Und Black Bull hat natürlich diese Kapazitäten. Und ihr könnt hier auch anderen Tradern folgen, was ich wirklich sehr, sehr nice finde. Genau, das war es jetzt von mir. Jetzt sage ich bis bald und bye, bye.